Wenn Christian Jung mit diesem Kampf gewinnen, dann ist das der nächste große Schritt in seiner Karriere. Das ist mir sehr wichtig. Ich will ins Finale kommen, ganz einfach. Das ist der Heroin der Deutschland. Er wird der größte Star, als ich glaube. Er ist nie für jemanden wie Burjan Belichkowicz, nie für einen Namen an diesem Level. Burjan Belichkowicz hat jede Fasette, die man brauchen würde. Das macht es quasi unthinkbar, dass er zu einem Mann, der nur trainiert wurde, seit 28 Jahren. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da los sein wird mit 11.000, 12.000 Zuschauern.